Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will. Was ist meine wahre Funktion? Was will Gott? Was will Gott von mir, mit mir? Wofür bin ich gekommen? Was ist jetzt mein Auftrag? Was sagt Gott jetzt zu dir? Höre und sprich dir selbst die Antwort. Denn sie ist dir gegeben. Suche tief in deinem Geist. Geh noch weiter. Lass noch mehr los. Du singst nur in die liebevollen Arme deines Vaters. In Gott selbst. Was ist deine Funktion? Sprich es laut aus. Nutze die Worte als das Mittel. für deine Erlösung, für deine Erlösung, für deine Läuterung. Du willst mit Gott. Du willst glücklich sein. Du willst sein Wille sein. Du willst Christus sein. Du willst Christus sein. Und du bist es. Was ist deine Funktion? Sag dir, ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will, und nehme es jetzt als meine Funktion an. Gott will, dass ich glücklich bin und mich in Liebe schenke. Ja, ich will. Amen. 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 Amen.